doom so willkommen zurück so bevor wir jetzt durch die rote tür gehen ich glaube wir haben noch ein paar waffen punkte zu verteilen oder sowas haben wir da drei taktisches zielfernrohr das hatten wir doch ja okay jetzt fehlt uns hier einer was haben wir hier noch rüstungspunkt aber der nächste da brauchen wir zwei dafür selbsterhaltung fehlt uns noch einer gut wir stürmen los zum gemetzel hier los ich habe doch noch gar nichts gemacht irgendwas geheimnis Achtung, Kerntemperatur überschneigt kritische Grenzen. Das heilt hier drinnen, Wahnsinn. Komm, kriegst du noch einen. Ihr seid zwar dann alles sowas wie Ex-Kollegen. Oh, jetzt habe ich mich hier ein bisschen zu lang aufgehalten. Hier ein bisschen Rüstung sammeln. Ich bin ja schon fast tot, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Da ist Leben, oder? Ne, aber ich bin mit Rüstung voll. So. Na. Ja. Du kriegst mich nicht. Wisse, sage ich doch. Und schon hat er mir wieder Leben gespendet. Oh, Freundchen, bleibt da. So, was muss ich jetzt hier unten eigentlich machen? Da komme ich doch hier da oben, oder? Ne. Mach auf. Da ist noch nicht alle erledigt. Tja. So schnell geht das. Mein Freund. Geht jetzt die Tür auf? Komm, bleib da. Komm, bleib da. Ja. Der war gut. Prostung. Gibt es jetzt hier nur ums Überleben? Er hat oben auch gar keine Zielangabe. Ja. Du mit deinem... Oh, zwei gleich. Und gleich tot. Sonst haben wir erstmal ein bisschen Rüstung wieder, ne? Wenn noch was rumliegt. Na. Hey, ich habe nur noch drei Leben. Lass mich in Ruhe. Erstmal. Nein, das war noch jetzt. Komm, gib mir ein bisschen Leben. Danke. Ach, da unten bist du. Hahaha. So. Oh, der erwischt. Hey. Ui. Ui. So, alles gesäubert. Waffenpunkt erhalten. Jetzt habe ich ihn wieder frei. Stabil. Ja klar, wenn man alle erledigt hat, dann wird die Temperatur stabil. Ein primärer Kontrollraum wurde in der Nähe aktiviert. Das könnte Olivia gewesen sein. Okay. So, da kommen wir her. Wo müssen wir hin? Da. Oder hier hoch, denke ich, oder? Jetzt ist die Tür offen. Ja. Prädatorenmarke halten. Jetzt gucken wir nochmal. Schädelspalter oder Leichtgewicht, Schädelspalter, was sich gut anhört, das nehmen wir. Selbsterhaltung. Komme ich da noch nicht dran? Doch, gekauft. So jetzt brauche ich drei Stück für fester Spaß, ok. Die haben auch noch einen Start. Autorisierung Olivia Pierce, Alpha 402. Alpha 402. Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Bravo. Sämtliche Energie zum Argentaurer umgeleistet. Sie will das Portal zwischen Ihrer Welt und unserer öffnen. Du hättest sie sowieso niemals retten können. Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Da kommen wir zwar durch, jetzt schauen wir aber trotzdem nochmal. Ich muss nur noch von Olivia überbrücken. Wir mischen den Argentaurer an der Oberfläche meiner Hochschule. zu. Okay. Drei Bessessen und ein Fass. Ja, die haben alle nicht gepackt. So. Das war dann die Gießerei, oder? Ja. Okay. Jetzt müssen wir da durch. Agent Einrichtung. Na gut, ich sag mal, wir machen jetzt mal eine kurze Folge. Wir machen jetzt schon mal nach 10 Minuten Schluss. Bevor wir das nächste Level angehen, wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Servus und macht's gut.